Guse. Mal gucken. Hm. Wo soll ich den doch annehmen? Ach komm. Scheiß der Hund da was drauf, ey. Nehme ich den halt an. Neh, Quatsch. Willst du annehmen? Hallo? Ich wusste, dass man mit Ihnen gute Geschäfte macht. Ich weiß. So, gucken. Ja, mit dem Auto. Am besten hinfahren. Nur die Uhrzeit gefällt mir schon mal gar nicht. Ist schon so dunkel. Boah. So, dann fahren wir mal. Uns auch verschlägt, aber es wäre immer die gleiche Mission. Aber trotzdem macht es ja Spaß. Wir wollen ja Geld fangen. So sind die Profis. So sind die Profis. Schön durch die Scheibe durch. So, und weiter geht's. Das Problem, jetzt wird gar nicht meine... Ich glaube, aber daher fahren. Und das können wir jetzt nicht vorstellen. Eigentlich. Oh, schon wieder so. Oh. Tod ist er. Kurz an die Seite gefahren. Da unten ist irgendwo ein Schiff hier. Kann auf mich geschossen. Ach. Nein. Und? Schade. Funktioniert nicht. Fahren wir weiter. Fakt. Oh. Gut. Jetzt hat man jetzt den Vorposten aus... Ach, ausschalten. Soll ich schon kaputt machen können. Aber ich lasse es einfach mal dabei beruhen. Ich muss noch weit fahren, ey. Scheiße. Na gut. Für einen guten Zweck. Müssen wir ja auch mal was machen. Pass auf, Ziege. Oh. 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 Die habe ich jetzt überfahren, die Ziege. Das zieht gleich. Scheiße. Eigentlich bin ich ja gar kein Tiermörder. Ach. Ficken. Der, ey. Der können mich alle mal am Arsch, ey. Och. Weg ist er? Naja. Da parier ich mal meinen Motor. Das war aber jetzt komisch. Normalerweise drehen die doch sofort um. Klar, kommt er doch auch. Ja, ist okay. Gibt jetzt sowieso nichts. Och, fuck. Ey, keine Muni mehr. Scheiße. Na gut. Fahren wir hier weiter. Ich habe gesagt, weiterfahren. Nicht stehen bleiben. Das kann ja jeder. Ich muss auch mal aufrufen. Meine Karte. Weil er nun GPS hat. Ist mir zu kleiner. Schön wackelt. Darum. Boah, muss ich noch weit fahren, ey. Ich glaube es nicht. Da hoch, dann da. Oh, ja. Oh, fuck, 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 fuck. Scheiße, zu früh. Das ist ja auch immer so beim GPS, ey. Ich habe mal, weiß noch, bin ich unten im Schwarzwald gewesen. Hingefahren auf jeden Fall. Und da kam dann auch eine Autobahnabfahrt nach der anderen. Also so mehrere hintereinander. Es sagte zu mir 200 Meter noch. Ja, und da muss das schon wirklich gut sein. Und dann plötzlich ja jetzt. So, und dann plötzlich kam auch dann jetzt die eine Abfahrt. Ja, und dann bin ich einfach dann auch abgefahren. Ja, von wegen, ey. Zu früh eine runter, ey. Jetzt noch eine weiter. Das ist so die Ungenauigkeit. Das ist mal scheiße. Boah, ey. Och, fuck, ey, ey. Leck mich doch am Arsch, ey. Kommt nämlich das Auto, oder? Ja. Das ist noch einigermaßen. Weiter geht's. Nee, aber auf jeden Fall, das riecht mich so auf bei GPS-Dingern. Das ist nicht... Also, gut, ich habe ein ältres Modell. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt bei Neueren auch so ist. Keine Ahnung. Also, vielleicht könnt... Habt ihr ja irgendwie eine Idee. Habt ihr ja Neuere? Und sagt, nee, nee, die sind ganz perfekt heutzutage. Also, meinst du das jetzt auch gerade mal erst? Drei Jahre... Drei Jahre aus von TomTom. Ja, und? Also, aber trotzdem, das war so... Das nervte. So was von kolossal. Da ist er. Aber noch einen weiten Weg vor mir, ey. Na gut, auf jeden Fall ist es hier schon mal Wüste. Wüstenplomate. Äh, nee. Aber dann musste ich erstmal abfahren. Auf anderen, klar. Und dann erstmal gucken, ey. Da haben gute Neu berechnet, ey. Oh. Das einmal wurden aus... Ich musste, glaube ich, noch eine Stunde fahren. Oder zwei. Ähm. Wurden dann... Ja, locker mal so... Och Mann, ey. Noch einer. Ja. Motherfucker, ey. Na gut, ich fahre jetzt mal... Oh. Nein. Na gut, ist egal. Jetzt mal zum Guck. Och, ey. Du riechst mich so auf, du Kind, ey. Motor reparieren. Ja, muss die halt... Ich kümmere mich vom Thema ab. Immer, wenn ich was sagen möchte, kommt irgendwie so ein scheiß Affe da. Na gut, auf jeden Fall. Das war ziemlich lustig. Ne. Nicht lustig. So, da herfahren. Oh, vielleicht bin ich jetzt sogar schon... Nein. Noch nicht da lang. Hä? Da hoch muss ich... Ja, auf jeden Fall. Das ist echt so... Hä? Solch ein Scheiß gewesen. Dann finde ich mal... Das erste Mal da unten im Schwarzwald... Also, ist ja egal, wo man ist. Ob ich jetzt nach Berlin gefahren wäre, nach... Ist ja egal. Auf jeden Fall. Das ist so ärgerlich, ey. Äh. Na, muss ich halt mich an die nächste Abfahrt... Da kommt er gleich. Nein! Oh. Du machst mich fertig, ey. Boah, du scheiß Ding, ey. Lad nach. Boah, ey. So. Kannst aber mal ganz schnell irgendwo anders hin. Auch keine Patronen mehr. Nein! Hohoho. Habe ich es nicht geschafft? Das... Gib mir das Gewehr. Boah, fuck, 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 weg, 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 weg. Komm, beeil dich. Oh, nee, ey. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Scheiße, ey. Fuck. Scheißt doch die Arschwand an, ey. Keinen Kollegen gehabt, ey. Jetzt kann ich nur mal den ganzen Fick machen, ey. Oh. Tut mir leid für die Aussprache. Die ich jetzt gerade hier so hatte. Oh, nee, ey. Ihr könnt mich mal alle am Arsch küssen, ey. Boah, ihr seid so Ficker. Das gibt's nicht, ey. Oh. Boah, das Spiel macht mich so fettig, ey. Das sind Sie nicht hier. Tut mir leid, wir sehen hier so viele ausländische Söldner. Gott, selbst diese Waffenruhe war zu viel verlangt. Sie haben uns wenigstens gewarnt. Vielleicht urteile ich etwas schnell. Sir, ich möchte Ihnen helfen. Sie wissen, dass es kaum Medikamente gibt, aber es gibt noch mehr Altruisten wie Sie. Kommen Sie wieder, wenn es ruhig ist, dann stelle ich Sie Ihnen gerne vor. Boah, ey, bin ich gerade gefickt, ey. Scheiße. Boah, ich hab so keinen Bock jetzt, ey. Ich mach jetzt nur den Bootjob, ey. Und, oh, nee. Dann ticke ich hier gleich noch aus, APC, ey. Ah, ja, Ficker. Boah, komm, hau ab, ey. Schweinekopp, ey. Oh, jetzt ganz schnell weg hier, ey. Äh, ich mach jetzt nur den Bootjob und danach mach ich einen anderen, ey. Scheiß drauf auf den Kackkonvoi, ey. Können mich mal alle gerne haben, ey. Also könnte man sehen, wie scheiß das ist, wenn man nicht gespeichert hat, ey. Oh. Fuck. Ja, ich geh jetzt nicht rein, ich weiß, wo ich hin muss. Ah, ja, komm. Ja, ja. Du mich auch, ey. Bildnis über den Lieferung. Ich weiß, was ich... Ich komm jetzt zu dir und rette dir mal den Arsch. Ey, du warst in deiner Kabine da drin. Ich sag jetzt mal, ich will das mal beruhigen wieder. Das geht aber auch gar nicht, ey. Danach speichere ich, ey. Und dann mach ich einen anderen und dann... Boah. Ja, im Moment, das Spiel, darum freue ich mich einerseits nicht, dass das Spiel irgendwann zu Ende ist. Also, in Kürze. Weil, so lange kann es gar nicht mehr dauern. Muss ich da lang? Ne, muss... Da lang. Ähm, in Kürze. Andererseits freue ich mich sowas von, wenn es fertig ist, ey. Klopft dir gar nicht. Weil es nervt halt wirklich, ey. Ja, ich komm doch. Hey, entwickelt sich ein echtes Drama. Ich stehe jetzt von zwei Seiten unter Beschuss. Beide Gruppen zugleich. Hol mich hier raus, schnell. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm zu dir. Zu dich. Ich komm zu dich. Ich komm zu dir.